Hallo ihr Lieben, ich habe mir einen Wunsch erfüllt, meine eigene Parfümreihe. Zwei Düfte für Frauen und einen für Männer. Ich hatte Unterstützung von Kundinnen und Kunden, die zwei besten Frauendüfte herauszufinden und den beliebtesten Herrenduft. Nähere Einzelheiten findet ihr auf meiner Webseite www.reginasroboda.de und natürlich könnt ihr da auch bestellen.